Jo Freunde, was geht? Herzlich Willkommen wieder auf meinem Kanal, was geht ab? Ich bin Spuddy, schön, dass ihr wieder am Start seid. Bevor wir anfangen mit dem Video, im Hintergrund seht ihr ein Gameplay of Stronghold mit der RPK, das neue MG in Black Ops 3. Das Ganze habe ich nur erspielen können durch den Abonnenten. Grüße gehen raus an Yannick. Danke nochmal auf jeden Fall, dass du mir den gegeben hast, damit konnte ich euch ein cooles Gameplay zeigen für die COD-Woche mit einer neuen Waffe, was bestimmt auch cool ist, beziehungsweise was noch cooler ist. Kommen wir jetzt zum Thema. Ich habe eine eigene Wohnung. Was heißt eigene Wohnung? Mit der Freundin natürlich, aber ich sage jetzt in dem Video immer eigene Wohnung, damit es sich erstmal besser anhört. Ich habe so heftig einfach eine eigene Wohnung, Jungs. Was ist da los, Digga? Was ist da los? Ja, das ist so heftig einfach. Wir werden zusammenziehen, beziehungsweise wir haben auch getrennte Zimmer. Was heißt getrennte Zimmer? Wir schlafen ganz normal in ein Zimmer, aber ich habe mein Gaming-Zimmer, beziehungsweise mit dem Wohnzimmer drin. Das Ganze könnt ihr auch sehen, wenn ihr eine Roomtour haben wollt. Die Roomtour mache ich aber erst, wenn die Wohnung komplett fertig ist. Wir haben zwar alles gekauft, Küche, alles, aber die ganzen Kleinigkeiten fehlt. Man kennt es ja, so kleine Möbelschränke, beziehungsweise ein paar Pflanzen oder so. Als Gärtner muss man ja ein paar Pflanzen sogar zu Hause haben, ne? Man kennt ihn. Ja, die Gaming-Ecke fehlt aufzubauen. Da möchte ich mir gerne noch ein neues Mikrofon kaufen. Ja, sonst ist die komplette Wohnung renoviert und saniert. Komplett. Überall. Und wenn wir gerade mal davon sprechen, es wurde alles neu gemacht. Und ich habe mir auch eine neue Internetleitung zugelegt. Eine 400k Vodafone Internetleitung. Wenn ihr mehr wissen wollt, kann ich das mal ganz in der FAQ erklären. Aber jetzt möchte ich erstmal so ein bisschen was erklären, warum eine 400k Leitung. Weil mir die 60k hier in der Wohnung ist. Gibt es auch noch andere Gründe, warum ich jetzt alleine hinziehen möchte. Wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr gerne nach einer FAQ fragen, wenn ihr wollt. Oder das können wir gerne auch machen. Und ihr könnt die Fragen einfach in den Kommentaren schreiben, dann kann ich eine FAQ machen. So, das Ganze, warum eine 400k Leitung? Ich möchte mir auch noch einen Computer zulegen, einen neuen und eine Elgato. Und damals hat es ja nicht geklappt mit der Elgato und dem Computer, weil das Internet anscheinend zu schwach war. Dachten Johnny und ich, wissen es aber noch nicht. Und jetzt werden wir ja demnächst sehen, ob es klappt oder nicht. Kommt aber alles erst noch, weil ich will erstmal in die Wohnung einziehen und alles einrichten. Das ist ja ganz klar. Dazu kommt auf jeden Fall ein neues Mikrofon. Auf jeden Fall. Ich habe einfach richtig Bock auf diese Sache, weil es mir einfach so gefällt und ich warte schon. Ich werde einfach angerufen. Wartet mal kurz. Hallo? Hi, ich bin zu Hause. Was ist los? Okay. Ja, aber nicht stören. Ich nehme gerade ein Video auf. Äh, auch, ja. Ich rufe nur Mama auf, ob ich Handy kommen darf. Ja, okay, aber leise, ja. Okay, tschüss. Tschüss. Mein Bruder gerade, sorry Jungs. Äh, wie gesagt, wo bin ich stehen geblieben? Ähm, ich habe richtig Bock um ein neues Mikrofon, alles sowas, Verlosungen zu machen. Aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Wie gesagt, ich habe richtig Bock zu der Sache. Alle eine neue Wohnung, Jungs. Einfach eine eigene Wohnung mit einer neuen Gaming-Ecke, Mikrofon, Roomtour, Verlosung, Elgato, neuer Computer. Ich habe richtig Bock auf eine fette Verlosung, eine reale Verlosung. So wie Johnny das mal im Stream gemacht hat, so wie ich das gerne auch mache. Und Grüße gehen raus an den Bro, der mich immer unterstützt, beziehungsweise auch kaum mehr als Grüße gehen raus. Und an allen Mods auch nochmal ein richtig fettes Dankeschön. Und ich möchte euch einfach jetzt nur mal zurückgeben, beziehungsweise ich möchte für mich einfach auch eine eigene Wohnung mit meiner Freundin zusammenziehen. Und die neue Wohnung habe ich genommen, damit ich endlich mit Elgato streamen kann, mit dem neuen PC und Mikrofon. Ich bin so gehypt, Jungs. Ich bin so gehypt. Wenn ihr auch so gehypt seid wie ich, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und ich wollte euch einfach nur die Informationen mitteilen, dass es geil ist, dass ich jetzt eine eigene Wohnung habe. Und ich hoffe, ihr findet die Informationen auch geil. Und schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Gönnt euch noch die CBD-Woche. Haut rein. Ciao. Ciao.